Es ist halt dumm jetzt, weil egal was der Impostor macht, wir wissen halt ganz genau, wer es ist. Also, ich habe gerade Sasa mir entgegenlaufen gesehen, während Lee auf dem Boden lag. Ich hab's doch noch gesagt, ja. Also ich bin auch dafür. Ich stand an der Lifeline und hab gesehen, wie der umgefallen ist. Okay. Also auf jeden Fall bin ich halt gerade herunter reingelaufen und bist mir entgegengekommen. Darf ich kurz mal was sagen? Und ich bin die ganze Runde mit Lucian und June rumgelaufen, die waren irgendwie immer wieder da. Aber ich mein, ich kann's nicht... ...gewesen sein und June und Lucian, äh, Lucian, Lucian waren bei mir, also kannst du nur so gewesen sein, Sasam. Weil Lee war eben auch mit June und Lucian und jetzt bist halt nur du übrig und jetzt ist halt Lee tot, also kannst du nur du sein, Sasam. True. Kann ich mal kurz eine Frage stellen, können Impostor eigentlich Aufgaben machen? Nee, die können nur sabotieren und so machen, als würden sie es machen. Wenn sie es nicht ist, dann will ich Kido. Kann halt nicht anders sein. Ach, Sasam, also ob jetzt wirklich noch jemand mich gewotet hat, was ist mit euch? Verdient, Elfer. So, wie viele Möchte haben wir eigentlich? Zwei, ne? Einen. Wir müssen einen nur haben. Ja, gerade hatten wir nur einen. Ja, gucke mal. Sehr schön, sehr schön. Wie hat sich das? Ich glaube, wir bräuchten mehr so welche wie mich im Kilo einfach. Sehr schön, okay. Dann bis gleich. Wir sind beide etwas, etwas Hardcore. Oh nein. Okay, alright. Warum nicht, Mann? Warum nicht? Warum nicht? Holy shit. Hm. The Brawl hat einfach gar keine Ahnung. Holy shit, wo bin ich hier? Hilfe! Wie komme ich denn hier raus darüber, ne? Was? Okay, ich verstehe es nicht. So, hallo, was mache ich denn hier? To be honest. Sabotage. So. Alright. Wie komme ich denn hier nochmal raus? Ne, mal ernsthaft. Wie komme ich denn hier raus? Ich habe mich selber eingesperrt. Fucking hell. Man, ich verstehe die Tür nicht. Hallo. Kann mir bitte einer helfen? Ich verstehe die Tür nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie meine ich der Impostomo 2? Ui, 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 ui. Uu, lala. Ich habe jemanden gefunden in Communications. Wen hast du gefunden, Forti? Jetzt weiß ich die Farbe nimmer. Ja, blau oder blau, ne? Das kann ich noch nicht mal sagen. Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich nicht verstehe. Blau oder dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Kann man die selben Ausnahmen haben? Ja, kann man. Achso, okay. Sasam lag da am Boden. Arme Sasam. Okay. Und wo? Wo nochmal? In Communications. Ah, okay, okay, okay. Also, ich war gerade in Electric. Ne, Quatsch. Doch, du warst in Electric, ja, ja. Weil es ja da geblinkt hat. Und ich muss sagen, ich habe mich ja schon verlaufen und bin nach unten gelaufen. Und dann habe ich Kido halt hochlaufen sehen, noch an der Tür vorbei. Hinterher stand er dann mit da bei der Aufgabe, diese blinkende. Aber ich fand es ein bisschen seltsam, dass du erst an der Tür vorbei bist. Aber da ist so gar kein Eingang. Man kommt dann oben rechts rein. Ja, aber du bist ja weiter hochgegangen. Darf ich mal vielleicht kurz was fragen? Aber dann standen die beide bei mir, weil ich gerade die Aufgabe gerade fertig gemacht habe. Es geht ja gar nicht anders rein, Nana. Ja, aber du bist an dem Eingang vorbei weiter hochgegangen. Ja, da oben ist ja der Eingang. Unten links ist ja nur beim Heizpunkt der andere Eingang. Aber du bist an dem Ausgang, Eingang vorbei, noch weiter hochgegangen. Also an der Tür vorbei. Soll ich dir erklären, wie man an einer Türe vorbeiläuft? Darf ich mal kurz was fragen? Was denn? Ich habe, also keine Ahnung. Wie gesagt, das liegt vielleicht daran, dass ich das Spiel jetzt nicht so gut kenne. Ich habe es aber geschafft, mich irgendwie einzusperren. Und ich habe es nicht gepackt, aus diesen Türen rauszukommen. Ich bin die ganze Zeit nicht mehr gewesen. Ich bin nicht rausgekommen. Du musst jetzt irgendwelche Schaltern machen. Und ich denke, wie geht es mit den Schaltern? Ich stehe so da, aber es geht nie ab, Alter. Du musst die aktivierten Schalter ausmachen, dann kommst du wieder raus. Ich stehe einfach da drinnen und ich habe keine Ahnung, was ich mache. Das Rote ist, du sporkst ja jetzt wieder woanders. Also Nana, ich hatte bei Electric mit dir und Lee zusammen das Licht gemacht. Und ich habe halt gesehen, dass ihr beide euch gegenseitig Schalter an und ausgeschaltet habt. Dann bin ich weggegangen. Und deswegen bin ich wieder rausgegangen. Weil ich gesehen hatte, dass ihr euch gegenseitig Schalter an und ausgemacht hattet. Dann bin ich weggegangen, weil ich dann nicht noch als dritte Person da mitmachen wollte. Ja, lass einfach skippen. Erstmal die Nana. Ich, was? Mordet-Mord bin ich. Okay. Ich habe keine Ahnung. Nächste Runde müssen wir jemanden kicken, ne? Ja. Ich habe es einfach nicht. Ich habe es einfach so. Es ist so ein Scheiß mit den Türen. Es ist so ein Scheiß mit den Türen, ne? Boah. Ehrlich? Also, dass ich das auch so verkackt habe, ne? Bro, what the fuck geht hier ab? What the fuck? What the fuck? Boah, wir können 28 Sekunden niemanden töten. Wow. So, jetzt gerade lohnt sich sowieso nicht. Ich gehe da nicht mehr rein, Mann. Es ist voll das Höhlen-Schlund. Ich finde da nie wieder raus. Oh, wie shit. Oh, nein, Mann. Okay, ich muss einfach, to be honest, ich muss ein bisschen weg von dem Ding. Ich gehe einfach mit Lee, Mann. Moin Lee. Kurz mal gezeigt, hey, ich bin hier. Ich habe ein bisschen Schiss, jemanden zu töten, ne? Be honest. Aber ich würde es einfach tun, Mann. Ich würde es einfach tun. Oh, scheiß drauf. Ich muss auf jeden Fall mal ganz kurz Menschen finden, ne? Scheiße, ich finde keine Menschen. Ich finde keine Menschen. Oh, fuck. Kihi. Sehr schön. Wer hätte es gedacht? Ich wusste es. Ich hätte eben fast schon dafür gestimmt. Ich hätte eben schon fast für Kino gestimmt. Upsi. Ihr dürft ihm nicht so vertrauen, Freunde. Außer dem Lacken. Ich bin natürlich auch so vertraut. Außerdem lag ich in frischer Tat ertappt ab und er mich dann direkt getötet hat. Tja, siehste mal. Außerdem lag ich in Communication. Ja. Also, sorry. Das war fein. Ich bin auch noch vorbeigelaufen. Ich brauche, da liegt hier jemand. Ich bin mir einfach mitleidend. Ich habe, glaube ich, jetzt zweimal eine Folge getötet. Aber nur ihm halt, ne? Ja, echt, ey. Der hat es von mir abgesehen. Ich vertraue dir nicht mehr. Ich verpisse mich. Jedes Mal, wenn ich die sehe, verpisse ich mich nur noch. Verdient. Oh, kass. Sorry. Von drei Runden weiß ich jedes Mal genau, wer es ist. Also, Mann, wir sind 30 Leute vorbeigelaufen, bevor gemeldet wurde. Was ist da los? Holy shit, Mann. Bin ich nichts wert? Bitte unsabotieren. Oha. Macht euch nicht gesehen. Tut mir leid. Ich hab nicht gesehen. Das ist so fucking unfair. Das ist so fucking unfair. Holy shit, Mann. Ich muss mal kurz was trinken. Holy shit. Lie einfach. Hallo, da. Mal ganz kurz was getrunken. Alright, alright, alright. So, ich wollte ja eigentlich schon wieder töten. Bro, der Arme. Ich kenne die Aufgaben nicht, ne? To be honest. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Little Bro da zu machen. Alright, alright, alright. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich hab'n Plan dafür. To be honest, ich hab'n Plan. Ich hab'n Plan. Ich bin einfach der Ersten, der hier sich irgendwie zeigt. Okay, wir haben Sasan gefunden. Bro, okay, scheiß drauf. Oh mein Gott, das ist ja so depressiv jetzt. Oh ja, ja, Junge. Oh mein, oh man. Ja, ich kann auch melden, ne? Digga, wir laufen einfach die ganze ständig an uns vorbei, weil keiner von uns hat einen Plan, den wir als erstes töten sollen. Und daher, ähm, würde ich sagen, weil ich einfach einen Anfang und lass mich rausworten, dann hat er das Glück und hat ein bisschen, äh, ein bisschen, so, hat er ein bisschen Glück. Ah, ich kann grad nicht, shit. Ich weiß, ich weiß, wir gehen dann vorbei. Ich brauch'n nämlich ein Alibi. Ich brauch'n Alibi. Oh, okay, ja. Oh. Holy shit. Also, ich hab' an der Lifeline gesehen, dass die zwei tot sind. Dann ging's Licht aus und dann hab' ich mich auf die Suche gemacht. Hab', ähm, ich glaub' Kido gesehen, der mir entgegengelaufen ist. Also, ich hab' die Leiche im Labor gefunden. Äh, also, ich bin gerade unten in Atmin, ich hab' gerade auch geguckt, wer wo ist und hab' gesehen, dass da zwei oben waren, dann, was du sagst, wahrscheinlich, und, äh... Aber ich geh' auch über Atmin. Ich hab' dich nicht gesehen. Ja, ich hab' dich ja gesehen fort, ich hab' dich ja gesehen fort, ich bin halt vorbeigelaufen. Also, ich hab' die gesehen. Ja, und Lucien war bei mir im Waffen, ähm, Kammer. Äh, es werden Leichen bei Atmin auch angezeigt in den Räumen oder werden Leichen nicht angezeigt? Ich glaube nicht. Das heißt, das heißt, im Labor waren zwei oben, weil grad als reportet wurde, hab' ich gesehen, dass zwei im Labor waren. Das heißt, einmal Sasam, und wer war noch im Labor? Keine Ahnung, Mann. Weil es müsste noch eine zweite Person oben gewesen sein. Also, ich bin, ich weiß nicht, ob Leichen auch angezeigt werden. Achso, okay, okay. Aber ich war, ähm, ich sag' euch, ich sag' euch der Road Directing. Ich hab' das Licht gerade wieder angemacht. Okay. Ähm, also, ja, ich... Könnte jetzt ein Self-Report von Sasam gewesen sein, aber jetzt wissen wir halt nicht... Glaub' ich auch Self-Report. Weil wir müssen jetzt einen raushauen, wir müssen jetzt einen raushauen. Ich weiß halt nicht, ob Labor halt zählt mit den Admin-Dingern, aber... Was meinet ihr, das heißt jetzt Sasam sagen? Bei sonst zwei Männer im Labor außer ihr. Also glaubt ihr, Sasam ist es. Ja. Also, ich glaub' es war ein Self-Report. Also, je nachdem, wie lang das her ist, weil Forti Plant war ganz, ganz am Anfang, äh, oben. Ich stehe aber grad beim Office. Aber ganz, ganz am Anfang. Aber für dich, Self-Report ist, wenn jemand sich selber meldet, obwohl er ihn getötet hat. So. Ah. Genau, genau, genau. Und, äh, dann hab' ich Likely gesehen, aber der war ganz unten, also... Ich kann natürlich da Kido und Broko, die jetzt so auf mich pushen, dass die beiden das sind. Also, nee, das war aber jetzt nur grad ne Vermutung wegen Admin, wegen halt, ob man die Leiche sieht oder nicht. Weil ich bin halt grad, wie gesagt, ein Admin, der war vorher bei Lifeline und ich bin halt nur unten gewesen, in der Mitte. Ah, unten, dann bitte, er gibt keinen Sinn, aber was war ich mein' noch? Self-Report, Self-Report. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' niemanden gesehen. Sasam, Self-Report. Oh, aber wie, ja. Ich bin's, Tim. Oh, Mann, haben wir die erst mal rausgekickt, jawohl. Bro. Warte mal, wir können eigentlich, wir können eigentlich nach den 42 Sekunden direkt rücken, Mann. Ich kann mal machen. Ich kann aber nichts mehr machen, Mann. So. Ich war da vorderlich schon, aber eigentlich müsste das 40 auffallen, aber 40, äh, ja. 40, don't, note. So. Ich muss so 14 Sekunden warten, ne? Ich kann echt den Browser, dass ich tut. Lee, du bist noch nicht gemutet. Oh, fuck. Den falschen, den falschen, den falschen gefolgt. Bro, shit, 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 ich muss da definitiv mal fix weg. Oh, es macht schon fun, es macht schon fun. Ich muss sagen, wenn man gewinnt, ey. Oh, right, oh, right, oh, right. Digga, oh, nein, oh, Mann, diese Tür, Junge, ich hab dafür jetzt, ich hab da mit den Türen jetzt für immer einfach, äh, ein Brainer, ne? What the fuck, Alter. Okay. Ciao, 40. Yay. Wir werden es nie lernen. Ich will mit ihm. Aber genau das gleiche. Es tut mir so leid, Sasam, ich... Alright. Hallol, Digga, wir wollen schon wieder einfach reposten. Ja, das war's, Mann. Äh, das war's halt, directly. Junge, das kannst du knicken. Bro, hier einfach niemand unterwegs ist, ne? What the fuck? Einfach alle gone. Keiner hat mehr Bock. Keiner hat mehr Bock. Kiffen sie aufm Feiern so. So lebe ich hier einen Block, Tag, ein Tag, aus. Boah, ich bin schon wieder am Arsch, der Welt, Mann. Ah, scheiß drauf. Bro, der Arme, der Arme. Ah, Bro, okay, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin harter am Arsch. Ich bin harter am Arsch. Ich bin hart am Arsch. Wie konzentriert dich gerade einmal war und zwei Leute weggeholt habe. Bro, holy shit, Mann. Holy shit, findet die keiner oder was? Sind die irgendwie alle ein bisschen zu blöd oder so? Digga. Bro. Okay, wir haben auf jeden Fall unser nächstes Opfer. Bro, bitte einfach nicht melden, Mann. Bitte einfach nicht melden. Ich suche ihn einfach. What the fuck? Wer wart ihr bitte? Jawohl, ich habe drei Leute geholt. Oh Mann, ey. Ich habe jeder Kind vertraut. Voll das Elito-Kommando, ihr zwei. Voll das Elito-Kommando. Ja. Aber voll. Einfach gut gespielt. In vier Sekunden war ich stehen geblieben. Oh Mann. Und Sack-Bogen war ich weg. Äh, Freunde, tut mir so leid. Ja, stimmt auch wieder. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war schon alt. Weder Kind? Dankeschön, dankeschön. Einfach danke. Gerne, danke. War schön, war schön. Das Traurige war, also Lee ist die ganze Zeit hinter mir hergerannt und dann dachte ich so, nee, ich bin nicht mit dir alleine, ich hau jetzt hier ab und dann habe ich gesehen, dass Lucien reinkam und ich war so, okay, alles klar, jetzt bin ich safe, aber ich bin, also er hat mich ja nicht genocht, also ganz klar, aber ich dachte so, okay, geil, jetzt gibt es ein Zeugen, jetzt passiert mir nichts hier am Arsch. Ich habe die Hände des anderen geblieben.